Warum bist du überhaupt im Schrank? Ja, weil... Dann, Digga, nicht denken, dass er im Schrank drin ist. Like und kommentiere dieses Video. Lass dir ein Like da. Abonnieren Sie. Eins. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video werden wir auf jeden Fall mal, ähm... Ja, ein 1 gegen 1 einfach mal gegen meinen YouTube-Partner Dark by Max machen. Was geht? Und was geht? Ja, Leute, checkt doch gerne seinen Kanal ab. Link in der Videobeschreibung. Ich wurde hierzu auf jeden Fall auch nicht getrunken. Und ich bin im Schrank. Was? Ich bin im Schrank. Ernsthaft? Ja, meine Eltern schlafen hier ein. Okay, cool. Ja, Leute, auf jeden Fall. Heute machen wir mit drei Brawlern ein 1 gegen 1. Und zwar Bartz, Buzz, Maxx und Colt auf jeden Fall. Und, Leute, wir werden dann auf jeden Fall schauen, wer gewinnen wird. Und, ja, auf jeden Fall, Leute. Hier könnt ihr auf jeden Fall auch Dark by Maxx eine Aufnahme auf jeden Fall sehen. Nee, bei mir. Ich hoffe mal, dass alles jetzt gut mit der Aufnahme klappt. Wenn nicht, dann haben wir halt fest gehabt. Und, ja, ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall die... Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Runde rein. Let's go. Okay. Nice. Ich habe eine Frage, wieso machst du Roblox-Legner-Streams? Digga, was stellst du so viele Fragen? Ach nein, dann legt sich mir wieder eine Aufnahme. Bringt es Geld. Oh mein Gott. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Das wirkt in vielen Fällen abschreckend auf den Täter. Und in den meisten Fällen können Sie auch aus so einer Situation in eine gesicherte Position kommen. Oh Gott. Oh, Hilfe, Leute, Hilfe. Oh mein Gott. Sie helfen Sie mir. Nice, let's go. Äh, ja, ich will noch nicht. Digga, nice, Junge. Ich könnte hier fliegen. Einmal. Na, warum? Willst du nochmal Runde spielen? Ja, ja. Nein, nein, das ist die einzige Runde mit Buzz. Ich bin eh, ich bin eh, ich bin eh, ich bin eh. Ich bin eh, ich bin eh. Ich spiele die eh Schlechte. Weil gegen OP-Fal. Da habe ich rasiert. Und er ist OP und du bist nur jung. Blarx, das sieht man in meiner Ordnung. Jetzt schwitzt er auf einmal, ne? Ach, Digga, so ein Ekelhafter. Spaß. Hilfe! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Das wirkt in vielen Fällen abschreckend auf den Täter und... Hör mal auf, so zu schwitzen! Echt ehrenlos auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute. Heute kommt Ansage an Marco Pommes. Wie spät das denn? Ah, nicht denken. Nein! Oh, Leute, schade. Wir haben auf jeden Fall verloren. Jetzt würde ich sagen, kommen wir auf jeden Fall zu. Max! Da werde ich dich so rasieren. Ähm... Ich hatte Max auf 800... Ne! Ich hatte Max... Ich hatte Max auf 935. Ich werde dich so hauptsnehmen auf jeden Fall. Na ja, wir tun mal so, als hätte ich das nicht verstanden. Okay, Leute, los geht's auf jeden Fall in der nächsten Runde. Let's go! Und... Ich hab... Ja, das... 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 Das tut etwas weh. Ja, ja. Und mein Arm tut auch weh. Ich bin heute hier gefahren. Ähm... Genau. Ja, wirklich. Nein, ich meine mit genau... Ich meine mit genau echt. So. Ich meine... Ich meine das echt so. Ja, Leute, Dark by Max. Äh... Ich will hier auf jeden Fall probieren zu schwitzen. Äh... Sie können nicht mit Max winnen. Digger, warum können sie mir immer free winnen? Mach mal echt. Weil du eh es schon mal mal lieben würdest, wenn die anspielen. Ah, Leute, er sagt, es ist ja schlecht, wenn er ernst spielt. Okay, komm. Mach ab jetzt ernst, dann werden wir sehen. Ich will nie ernst spielen. Weil ich meine YouTube-Fahrer sind. Ich will nie ernst spielen. Du wirst sehen. Hilfe. Ha! Er kriegt mich doch eh nicht, Digga. Ja, guuuu. Ich will hier auch free winnen. Sonst will ich dann nicht mehr spielen. Digger, mach doch ernst, Junge. Hilfe. Leute, ich muss weinen. Dann gehen wir halt in die Ecke. Ja. Ja. Erstmal auffallen, Digger. Ganz schnell. Ganz schnell auffallen. Ganz schnell. Ganz schnell. Tima? Äh, Leute, aber trotzdem habe ich eigentlich gewonnen, so, ne? Ja, ja. Aber mach dir aber kitt. Hä? Ja, ich habe dann trotzdem gewonnen, weil ich habe dich am meisten gekillt, ne? Ja, ja. Ich weiß, aber ich habe dir auch schon mal free winnen gewonnen. Ja, der andere. Free win, free win. Leute, komm, das ist doch seine Ausrede, ne? Spaß. Okay. Leute, ich würde sagen, jetzt kommen wir auf Wefa zu Colt und da bin ich auf Wefa richtig gespannt. Ja, Leute, wir nehmen auf jeden Fall diesen Scanner Flex Basis, Leute. Ich würde sagen, los geht's. Ähm, welches da vor? Äh, kannst du das erste nehmen. Und der Gadget? Ja, erste. Boah, ich kann mir das erste Gadget gar nicht schenken. Das zweite Gadget ist voll schlecht. Äh, ähm, ja, ich kann mir das auch nehmen. Ich auch schon echt. Nice. Hä? Ich auch schon echt free winnen. Ich auch gar nicht. Wie der sagt das ich auch immer, aua, aua. Ja, ich habe hier auch wirklich den nächsten Schrank. Das findest du hier bei meinem Schrank. Warum bist du überhaupt im Schrank? Jawohl. Dann, Digga, nicht denken, dass er im Schrank drinnen ist. Ja, dann ist die ganze Zeit, Zeit, äh, ich kann mal kurz in die Kamera gucken. Ja, Digga, was macht der? Er geht während dem Game in den Einstellungen? Ja, ich will das nicht mit dem Schrank. Digga, er geht während dem Game in den Kamera und will ihm zeigen, dass er im Schrank drinnen ist. Digga, ja, kommen sollte eigentlich der Win sein, ne? E-Ese, Leute, ihr seht ja, das ist noch schwierig. Ich hab nur in der ersten Runde ernst gespielt. Ja, aber das ist dann voll schade für das Video. Ja, aber du machst halt dann die Win-Tier. Ähm, wieso kommen eigentlich so wenige Videos auf dem Hauptkanal? Können Sie da eins kleine Statements, Lieber Herr Jo? Das kommen gar keine kleinen, äh, kurzen, besser gesagt, es kommt voll oft Videos auf meinem Hauptkanal. Was willst du? Ja, ja, zwei, zwei, drei, acht, letztes. Oh, hi, yo, aber dafür hab ich Live-Teams gemacht. Ey, ja, ja, ich hab's dann geht's ja mal nicht wegen dem Internet, aber auf Videos gehen, aber auch mit meinem Internet. Ich kann ja immer nachkontragen. Hör mal aus, so einen auf Technik-Typen zu tun. Ja, nice, Leute, ich habe auf jeden Fall hier das Eins gegen, Eins gegen Dark by Max gewonnen. Was sagen Sie dazu? Das sage ich dazu. Er hat mich jetzt nicht ernsthaft rausgekickt, oder? Er hat mich jetzt nicht, ey, du hast mich gerade ernsthaft nicht rausgekickt? Auf jeden Fall, wir werden noch eine Rewards-Woche, wenn ich mal nicht im Track bin. So viel sage ich dazu. Ja. Und ciao, ciao. Tschüss. Hier können wir den Kanal abonnieren, hier kommen wir zu einem anderen Video und hier zu einem anderen Video. So, jetzt schauen wir direkt.